Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, Sie haben es aus den Medien sicher mitbekommen. Wir alle sind aufgerufen, Energie zu sparen. Und vielleicht haben Sie in den letzten Tagen und Wochen ja auch schon die Energiespartipps der Stadtwerke mitbekommen. Warum sollen wir das tun? Wir müssen deswegen Energie sparen, damit die Speicher für den Herbst und den Winter gefüllt werden können. Und es ist deswegen so wichtig, damit wir einerseits miteinander im Herbst nicht frieren und zum anderen natürlich, dass unsere Unternehmen auch weiter produzieren können. Wir sind einfach abhängig davon, dass die Energie kontinuierlich läuft. Und gerade jetzt in den Sommermonaten kann man auch gut wirklich was tun, um Energie zu sparen. Und vielleicht klicken Sie mal auf die Homepage der Stadt Augsburg oder auf die Homepage der Stadtwerke und informieren Sie sich, was Sie selbst zu Hause im Alltag umsetzen können. Oft ist es gar nicht zu schwer. Vielen Dank fürs Mitmachen.